Das Ergebnis von 20,6 Prozent für die Freiheitlichen ist für Parteiobmann HC Strache ein weiterer Meilenstein in einem Match um Platz 1, das die FPÖ gegen die bisherigen Regierungsparteien führt. Wir stellen fest, dass seit dem Jahr 2005, wo ich eine Verantwortung für die Freiheitliche Partei Österreichs übernommen habe, damals bei einem historischen Tiefststand von drei bis fünf Prozent, die uns damals gegeben worden sind, haben wir in den letzten drei Wahlgängen uns auf über 20 Prozent emporgearbeitet und das Vertrauen der Menschen in einer deutlichen Art und Weise auch gewinnen können. Die FPÖ ist wieder einmal bei den jungen Wählern und bei den Arbeitnehmern die stärkte Partei und konnte aber auch bei den Frauen und Senioren stark zulegen. Wenn man so will, sind wir in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Wir haben heute in allen sozialen Segmenten, in allen Bereichen unserer Gesellschaft, vom Arbeitnehmer, bis zum Angestellten, bis zum kleineren, mittleren Unternehmer, bis hinein in den Pensionistenbereich heute auch eine breite Akzeptanz und das Vertrauen der Menschen auch gewinnen können. Besonders stolz ist HC Strache auf den Wahlerfolg in der Grünen Mark, die blau eingefärbt wurde. Wir haben in der Steiermark es geschafft zur stärksten Kraft zu werden. Es gibt natürlich besonderen Anlass zur Freude und ich sage grundsätzlich, ich bin zutiefst dankbar über das Ergebnis, das wir erreichen konnten und habe natürlich auch eine unglaublich große Freude damit, aber wichtig ist auch, dass wir mit Demo damit umgehen. HC Strache betonte weiters, dass keinesfalls nur Protestwähler zur FPÖ gewandert sind. Sondern im Gegenteil. Wir haben in allen Studien belegt, dass seitdem ich Verantwortung übernommen habe im Jahr 2005, ein stetiger Aufbauprozess stattgefunden hat, der sich auch widerspiegelt in allen Ergebnissen. Die nächsten Tage werden zeigen, ob Rot oder Schwarz aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt haben und bereit sind, die Ausgrenzung zu beenden. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.